Hoffentlich habe ich immer noch dieses, ähm, Indispossibility-Lied drin. Nein, habe ich nicht drin. Oh nein. Oh yeah, dann machen wir... Party! Oh yeah, was für ein Video ich mache? Und ich habe einen Gold drüber, oh yeah. Ich will nicht, dass es ist. Und also so wäre... Und erst mal kein Party-Clap mehr. Okay. Und jetzt geht's klein los. Ich bin nicht für die Scheiße. Was? Was? Ich habe eine Mütze ohne Psycule bekommen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Geh weg. Warte. Ich habe eine Mütze ohne Psycule bekommen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. wir haben uns heute ohne Ruf verbrannt weißt du warum aber irgendwie hab ich grad flügt ok oh wow ich komm hier irgendwo hin wo ich schon wirklich was the fuck wenn ich nicht mal hin sollte wo dann nur wirklich die Pro-Gamer hinkommen aber wenn Glück gesagt hat, du hast angered gerade ich hab ja nirgendwo geglaubt, dass ich das mit Absicht brauche es war keine Absicht, das ist alles Glück oh krass doch toll wenn du dich nicht so ich bin ein Wiener im Wiener wieso ich bin ein Wiener Die Map ist lustig. Oh, das ist mal ein fettes A. Okay, das war irgendwie einfach. Ich kann mir nicht helfen. Und drei geile Ringe, die kein einziger davon, vor allem der zweite, nicht beabsichtigt war. Ja, ähm, dieses rechte auch schaut extrem cool aus. Danke, Big Blue. Das ist die erste Mal, dass ich immer gebrochen wurde. Ich verstehe nicht. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst ehrlich. Ja, nein, ich will ein Musikstück haben. Ich verstehe nicht, du musst wegziehen. Was? Ah, wieder hofft. So, das ist jetzt wieder so ein komisches... Nee. 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 So Und die Musik gefällt mir eigentlich auch Aber nicht daran Ah, die Musik dieser Map der Abscheu So So Aha So ist er So 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 Ich hab's jetzt nicht gesehen... Ich kann ohne... Wo muss ich weg? 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 Oh, ich muss wieder weg. Oh, das hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen? Hab ich nicht gesehen? Ich lebe doch nicht... Wir haben ja noch ein paar Seiten. Was ist wieder auf? Äh, ja. Ach, das ist wieder. Äh... Ach, das ist wieder. Ach! Oh, ich gehe jetzt nicht so. Was? Ich hab das nicht so gut. Ich hab das nicht so gut. Oh, man. Ja, Seashows ist nicht so gut. Und was sagt, was sagt die Punkte, was sagen die Punkte? Die Punkte sagen... Ah! Heute hast du viel Glück, ja, Kiske. Ich glaube, dass sie sich um die 400 Punkte ausgegangen. Hätte ich 3.30, hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Ich weiß es nicht. Jo... SPO, ich freue mich schon auf den SPO. Ist das schon 23? Mushroom, Mushroom? Ein Super Mario, ich dachte schon. Gefällt mir nicht. Oh, genau, Musik ist viel schöner. Na! Ja. Nimm verlassen. Vergesst du ihn zum Wechseln. Ah! Versteh! Na, was? Steufe den Wagen. Den Wagen. Oh, ja. 2 Enfin die Schrecklich nicht so. So. Was mir ist so eine Sorgmacht bei diesem Moment ist, dass man ja fast nur auf den Fall umschlagen kann. Ah, da fliege ich. Ja, wird's geil. Nein. Nein. Steck. Ah, dieser Scheiß. Wenn ich schnell bin, kann ich nicht über das Wasser gleiten. Aber wenn ich eben nicht schnell bin, geht das eben nicht mehr. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Krass und Torst. Wieso? Ok. Wieso? Sackt um den Bruder. Der macht's für Sonic. Und er geht's mit dem Arsch. Ich bin wieder in die Kapitel. Okay, du schieß. Das war's für heute. Danke sehr. Okay. Du fassi. Komm, 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 komm! Bitte danke! Okay. Fuck. Cool. What the fuck was that? What the fuck? What the fuck? Nah. Meow. Woohoo! Come. 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 Komm. Wer ist da oben? Ja. Boah, die Zellerschesse. Komm bitte 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 bitte. Die Ränge waren's. Die Ränge. Die Ränge. Ich liebe euch Ränge. Blauer Komet fern eingeschalten. Yes. Gleich auf Anhieb. Ich bin so glücklich. Ich bin so superlich jung. Little delphius. Hello. Delfinus. Hello. Der erste ist da. Und der erste Künstler. Na, Schade, dass du ihn nimmst. Aber er ist auch nicht guter. Aber eigentlich irritiert dieser. Verstehe ich nicht. So, jetzt sind wieder diese wunderbar hübschen Herausforderungen erschienen. Illustration 24 und 25 hat sie erhalten. Jetzt werde ich wieder ein paar Parts mit widerlichen Widerlings-Herausforderungen belästigen. Ich weiß, dass es irgendwie schneller geht, aber es macht irgendwie mehr Spaß und... ... 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